Mein Name ist Pater Albert von der Beifatzkirche in Klausen. Diesmal hier auf dem Bolzplatz in der Nähe der Beifatzkirche. Man sieht sie hinter mir vielleicht. Ich bin sehr froh, dass unsere Idee genehmigt wurde, Picknick-Konzerte zu veranstalten. Hier in diesem Ort. Wir wollen damit Impulse für die Kultur in der Region setzen, wenn die Zahlen so sind, wie sie jetzt sind oder vielleicht noch besser werden, was wir natürlich alle erhoffen. Drei Künstler haben zugesagt, die hier nach Klausen kommen wollen. Sebastian Krummbiegel, Joey Kelly und Gildo Horn. Ja, und wenn Sie, wenn Ihr kommen wollt, was braucht Ihr? Eine Picknick-Decke, was zu essen, was zu trinken, viel gute Laune, viel Spaß und die anderen Rahmendaten, das ist zu kompliziert, erfahrt Ihr unter diesem Beitrag. Es wäre toll, wenn viele kommen könnten, wenn wir hier an einem lauen Sommerabend, an einem lauen Sommerabend, drei tolle Künstler miteinander erleben könnten, eine gute Zeit miteinander haben. Wir sehen uns in Klausen. Wir sehen uns in Klausen.